dauert zwar noch ein bisschen bis ich tavernenruf level 12 bin aber dann habe ich schon alles ist das nicht toll ja das ist toll es fehlt noch ein eisenbarren geil so schauen wir doch noch mal in die küche immer schön alles rotwein mit apfel roséwein mit birne noch mal so was und noch mal ein eintopf rot schön so liebe ich das wenn alles dinge tut was fehlt aber es ist wieder was na gut geil ich frage mich was man damit macht also es gibt komfort ja gut aber der rest ist mir ein rätsel hopfen und sowas habe ich alles mehr als genug na komm dann lass uns doch mal was verrücktes machen und zwar machen wir hier nochmal weintrauben hin vielleicht kriege ich da noch einmal hin ne es sei denn es sei denn dann grabe ich die wiese zurück dann grabe ich die wiese zurück ok das reicht so dann mach ich mal einen auf wein produzent geil gleich ist das soweit dann da 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 gesamtzeit 103 goldmünzen und die meisten kunden sind zufrieden ja ok belegung plus sieben preise plus sechs prozent maximale belegung 37 ruf 11 ok so wir werden jetzt die zweite destillerie daneben stellen so jetzt habe ich glaube ich zweimal ipa gemacht naja egal naja egal naja egal so machen wir hier nochmal so einen schönen Gemüseeintopf und vielleicht auch nochmal einen Brei mit ein bisschen Birne so so jetzt was habe ich jetzt gemacht habe ich das abgebrochen ach ich kann es abbrechen ach ich kann es abbrechen ok gut zu wissen ach ich kann es abbrechen ok gut zu wissen ok und dann jetzt wo ich ja weiß ey Junge ich mache jetzt erstmal nicht sofort auf oh warte ich habe den Wein ja ja dann kann ich den rein nämlich äh den rein den Wein nämlich reifen lassen dann bringt da mehr Geld aber ich habe tatsächlich nur eine Flasche Weißwein ja naja den Rest werde ich wohl den Rest werde ich wohl halt einfach verkauft haben wobei warte lass ich mal gucken ob in dem Buch noch Wein ist denn wenn da noch Wein ist kann ich den auch gleich noch reifen lassen ne der Wein der Wein ist weggegangen Überraschung mal auf mal auf das Fass ich will da Wein rein machen mhm alright 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 so da wollen wir doch nochmal 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 ein bisschen was kochen ja wobei meist auf so einem Spieß halte ich jetzt schon für ziemlich unrealistisch muss ich schon genau so sagen gut jetzt haben wir glaube ich alles Essbare da drin ja ja jetzt fehlt nur noch der Kram der da oben in die Kiste reinkommt damit mein Inventar etwas leerer ist damit mein Inventar etwas leerer ist geil ok dann würde ich sagen haben wir heute wie ich finde eine Menge geschafft und wenn ihr wissen wollt wie das weiter geht dann schaltet ihr auch in der nächsten Folge wieder ein und die kommt wie immer morgen MongGAN zum nächsten Mal Tschüß Das war's.